Wir haben heute einen neuen Bruder gewonnen, das ist der Bruder David. Er ist polnischer Bruder und er ist heute, also vorhin, zum Islam konvertiert. Und wir möchten ganz gerne nochmal ihn fragen, was hat ihn dazu bewegt, zum Islam zu kommen? Was war der Grund, warum hast du gesagt, ich möchte Muslimen? Weil du hast Allah in deinem Herzen. Du glaubst also an einen Schöpfer, dass er keinen anderen Schöpfer aussah. Allah s.w. und du glaubst daran, dass du bist, zu Allah zurückkehren. Wir werden da dich festlegen. Wir möchten ganz gerne das Blumen extra online posten, damit andere Bruder motiviert werden. Er ist Pole, er ist also nicht von arabischer oder türkischer Herkunft, dass man sagt, er ist im Islam aufgewachsen. Er ist ein polnischer Mitbürger und er hat den Islam erkannt und Allah s.w. hat den Recht geleitet. Und für diejenigen, die das sehen und hören, sie sollen motiviert werden und sollen rauskommen aus sich. In dir steckt es drin, du glaubst an Allah s.w.t. Die Medien manipulieren dich, dass du dich nicht traust, das auszusprechen. Nein, sei mutig und spreche es aus. Sag, ich hede an la ilaha illallah und ich hede an la muhammad al-rasulullah. Und komm zum Islam und bewahre dich vor einer Strafe, vor dem Ölmfeuer. So wie es unser Böder gemacht hat, möge Allah ihn und uns alle festigen. Allahumma bin Barakka wa feikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.